Da ist Prinzessin Zelda! Oder innerhalb, besser gesagt, des Todesbergs. Guck mal hier, das sieht ja wirklich fantastisch aus. Sind wir von da? Ja, da scheint es doch zu sein, von dem aus wir runtergekommen sind. Genau, hier sieht man das nochmal, schön auf der Minimap auch. Aber wir wollen ja nach vorne weiter. Und ja, da ist ein seltsames Licht, nur hier ist ein Irrlicht oder eine Markierung. Und hier sind auch etliche Gegner. Das ist relativ hell jetzt. Ja, wir haben es wieder ein bisschen erleuchtet hier durch diese Wurzel, die unterhalb eines Schreins sich befindet, natürlich. So, jetzt wollte ich mal was ausprobieren, ob ich mich auch hier teleporte... Ja, okay. Gut, nee, möchte ich jetzt natürlich nicht. Gut, in erster Linie wollen wir natürlich der Stimme folgen, die unser Freund Junovo hier vernommen hat. Hier müssen wir uns sowieso mal durchschießen, so ein bisschen. Natürlich, die Schlemmsteine sind hier überall. Die sind hier allgegängig, also omnipräsent. Da sind die Irrlichter auf dem Wasser. Was sagt uns das? Was dampft denn da so? Ach, das sind Hydranten alles hier. Ach, das ist ja cool. Was mache ich denn hier mit denen? Das sind wieder Gegner, aber ich glaube, das lohnt sich immer nicht, da diese Gegnerlager hier auszuheben. Weil da kriegt man eher mal so ein paar Problemchen, ne? Weiß ich nicht, macht das... Wäre ich geheilt eigentlich, wenn ich mich teleportiere? Wie war denn das? Oder bleibt das denn so, wie es ist? Ich glaube, letzteres. Moment, wir können gleich mal nachsehen. Ob hier sonst noch irgendwas versteckt ist? Dann ist das giftig hier, das Wasser. Da oben ist ja Heilwasser, ne? Dann kann natürlich sein, dass das hier... Dampf auf jeden Fall. Aber nö. Es entzieht mir keine Lebensenergie, dieses Wasser hier. Es zischt nur. Hm. Guck mal hin, Freunde. Was haben wir denn da? Nichts. Aber sind die die ganzen Hydranten? Also, das kommt doch nicht von ungefähr, dass die lauter Hydranten sind. Hm. Ah, da wird sich wahrscheinlich wieder so ein Held dahinter verbergen, ne? Hinter dem... dieser Stimme. Und Junovo wurde halt von diesem Helden gerufen. Und der wird jetzt wahrscheinlich zur Seite stehen. Ja, da ist jetzt ein Schlemmstein, oder wie der heißt. Was bringt denn der eigentlich? Was macht das, wenn ich da drauf schlage? Gar nichts. Das ist... Einfach nur ein Stein. Für uns. Also, das ist keine Bedeutung. Nicht da reinlatschen, ne? Also, diese kleinen Pfützen sind schon sehr gefährlich, glaube ich. Soll ich mich mit denen anlegen? Aber da sind reichliche Vorkommen im Erz. Und so ein Nornmium, oder wie das Zeug heißt. Oh ja, da... Ach, da müssen wir rüber. Ich verstehe. Deswegen sind die ganzen Hydranten. Jetzt macht das Sinn. Okay. Aber cooler wäre natürlich, wenn ich jetzt noch ein Fahrzeug hier zusammenbauen könnte. Haben wir hier noch Bauteile? Das ist ja jetzt hier auch nicht. Ah, guckt mal. Da jetzt auch hoch. Also, da ist irgendwas... Okay, da müssen wir das Monsterlager hier ausnehmen. Oh Gott. Ach ja, die schmeißen sich ja auch gegenseitig, ne? Das ist ja große. Ey, wo rennst du denn? Äh, wo fliegst du denn hin? Komm zurück. Ja, das war gut. Trotzdem mal. Genau. Das macht er schon ganz richtig, ne? Leute. Ihr setzt euch gut zu weh. Ah, ich muss hier ein bisschen Ressourcen sparen. Der ist draufgegangen. Okay. Mal gleich mal seine Innereien mitnehmen. So ein Anmium. So einste Zeug. Ja, der schießt ja noch fleißig auf uns. Oh, eine Waffe? Ja, die kann ich jetzt nicht nehmen. Au! Oh, nee. Jetzt haben sie mich wieder abgezogen. Ja, mein Herz. Ein Herzchen. Weiterhin gebüßt. Kann ich mich irgendwie treffen. Ja, das ist sofort. Extrem tödlich. Mehr oder weniger, ne? Aber ich kann mich ja hier in der Nähe gleich wieder heilen. Das ist das Gute. Deswegen sehe ich das jetzt nicht so eng. Warum habe ich ihn jetzt? Achso, ich habe den Hydranten her aktiviert. Ich kann ihn den welchen, welchen da geaktiviert. Ach nee, tatsächlich gerade wieder. Hm, alles gut. Oh. Ja, der hat auch Pfeile für uns. Und wieder hingeflogen, die ganzen Pfeile. Die Erze. Äh, ich sehe die nicht. Nö, sind so nicht ins Wasser gefallen. Na, hier ist eins. Immerhin 180. Braucht ziemlich viel, um aufzusteigen. Meine Batterien aufzuwerten. Ach, das ist auch so ein Vieh wieder. Hier haben sie mehrere Waffen. Ah, na dann verstärken wir mal unsere Vorhandlungen, die wir gefunden haben. Oh, wunderbar. Oh, die Lava gefallen. Ach nee, das war ja doof. Very intelligent. Ah, hier sind zwei, mein. Das Torte ist in die Lava gefallen. Oh, er ist auch doof geliehen hier. Ah, hier ist noch ein. Okay. Oh, hier ist noch mehr. Ah, oh. Oh, geil. Ups, das hat sich gelohnt. Na, wo ist denn Dings hier? Juno, wo? Wer denn, ne? Sollte es gehören. Jo. Sehr gut, das lohnt sich. Wo für den Großen haben wir schon zwölf. Oh, das wollte ich nicht. Jetzt ist er mir wieder in die Quere gekommen. Boah, sind das viele hier. Und hier sind jetzt gar keiner oder was? Doch, da hinten ist das hin. Der nimmt die auch mit, oder? Kann das sein? Der rollt. Na toll. Das war keine große Ausbildung. Noch eine. Besser jetzt keiner. Ach, da ist noch eins. Okay. Oh. 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 Boah, wo die mal hinfliehen. Cool, nochmal. Ja, jetzt von den Großen. Egal, ich glaube, die kann man... Moment. Ich sammle die erstmal ein, bevor die verschwinden, ey. Ich glaube, ewig bleiben die nicht liegen. Nee, das wollte ich das eigentlich nicht. Ah, den müssen wir auch mit Vorsicht genießen hier. Das Scheu sei da. Oh Gott. Schnell einsammeln. Das ist hier ein Großer. Das ist hier ein Großer. 14, 15. Das ist wie die Große. Noch ein Großer. Ey, sehr genial. Das ist cool. Und noch ein Großer. Mensch. Oh, das hat sich richtig gelohnt hier. Ja, insofern haben wir das richtig gemacht. Ach so. Okay. Also hier brauchen wir auf jeden Fall... Moment, war da noch einer? Ja. So richtig gesehen aus dem Augenwinkel gerade. Hier ist noch so eine Kiste. Die können wir mal anheben. Das wollte man ja noch nicht. Oh, da sind noch welche drin. Geil. Okay. Jetzt haben wir über 200. Also jetzt können wir definitiv die Batterie verbessern. Da sind auch wieder... Okay. Ja, hier brauchen wir auf jeden Fall die Hydranten. Und dann kommen wir da mal weiter nach oben. Oh, wie es hier ruckelt. Also hier hat die Engine ganz schön zu tun. Beziehungsweise auch die Switch natürlich. Die mittlerweile schon ein bisschen betagt ist. Ja, die haben ja im Vorfeld auch so eine Panik geschürt da. Ja, die Switch verkauft sich nicht mehr gut genug. Die Zahlen sprechen jetzt aber eine eindeutige Sprache. Weil die Switch verkauft sich besser denn je. Also obwohl schon die neue in den Startlöchern steht sozusagen. Die neue Switch, die Switch 2. Also wie immer sie heißen wird. Ich glaube nicht, dass die Switch 2. Switch 2 heißen wird. Obwohl, das werden schon ein Wort spielen. Im Deutschen zumindest. Im Englischen weniger. Irgendwie treffe ich das Ding nicht. Versuche den anderen zu treffen. Da war nichts da, wa? Komm ich so hoch? Oh, nee, so hoch komme ich nicht. Den zu treffen, dann muss ich mit seinem Bogen nachhelfen. Jetzt. Juno? Ah, daneben. Kann man aus der Nähe noch daneben treffen? Na ja, das ist ja... Na ja, flambier mal. Und macht ordentlich Schaden. Er speit jetzt erst mal wieder. Lädt sie wieder auf. Okay. Ah, Juno wird das herzlich wenig ausmachen. Nee, hoch kann er wirklich nicht. Komisch. Manchmal klappt es manchmal nicht. Dass man ihn hochschießt, oder? Ja, aber bei dem Vieh geht das irgendwie nicht. Ja, der ist eh unempfindlich dagegen. Ich mach, was du willst. Der hält aber eine Menge aus hier. Der ist ziemlich stark. Kann nicht mal sein. Na, schade. Hat zu lange gedauert. Das Aufladen. Ja, mach mal. Ich spiele mal schön. In die Landschaft. Na komm, zeigt er eine kleine Zunge. Klingt komisch, aber ist halt so. Na, endlich? Nee, immer noch nicht. Na, vielleicht werden wir das nächste Mal schon schießen. Dass er dann drauf geht, ne? Hilfe. Wunderbar. Oh. Oh, scheiße. Das wurde ich doch mal empfindlich ge... Ach, das war. Okay, da ist eine Truhe rausgefallen mal wieder. Wie man das kennt von den Biestern. Hoffentlich kann ich mich hier irgendwo mal heilen. Oder welche heilen. Die Truhungentasche ist voll. Ja, der ist auch ziemlich schwach. Oh, die sind alle schwach. Dann schmeiße ich den mal raus, ne? Statt das den anderen. Wann haben wir jetzt wieder einen aktuellen? Ah, was da? Feuerraubschleim. Feuerraubschleim. Dingsbums. Okay. So, die Waffe kann ich auch verstärken, ne? Sollte ich zumindest. Aha, aufsieb's, ne? Jo, das macht schon was aus. So, jetzt wissen wir auf jeden Fall, was wir mit den Hydranten hier zu tun haben. Ja, diese Teile da, diese Flammen, das kommt mir so vor, als seien das irgendwie Wegweiser, ne? Jetzt haben wir doch hier ein bisschen Zeit vertröddelt. Aber auf jeden Fall haben wir jetzt in Erfahrung gebracht, was wir mit den Hydranten hier auf sich hat. Aber hier geht's ja noch nach oben irgendwo. Da hin, ja. Ah, komme ich von hier aus da? Ja, das sieht so aus, ne? Obwohl, komme ich hoch genug, ist die Frage mit meiner Fähigkeit hier. Ah. Mal gucken. Oh Gott, da sind wir... Ist noch so ein Monsterlager, hat man das schon ausgenommen? Ne, ne? Oder? War es das eine? Ist das so ausgenommen? Ja, das kann sein. Egal. Ja, ich versuche mal hier hochzukommen. Aber es sieht nicht so aus. Nö, es wird ja nicht. Gut. Da komme ich nicht hoch. Vielleicht kriegen wir eine Fähigkeit, mit der man Lava überwinden kann oder so. Ja, auf jeden Fall denkbar. Ich komme hier nicht hoch. Der kennzeichnet das nicht mal irgendwie. Da ist nix zu machen. Wie ist es in der Hochkommission, Alter? Ah, ah, ah. Wow, da ist richtig weit nach oben. Jetzt seht ihr es mal. Wenn man da hochklettern könnte. Bis zur Decke halt. Aber das ist ja irgendwann Schluss, denke ich mal. Kann mich nicht irgendjemand hochschleidern oder sowas? Wartet mal. Vielleicht kann ich von hier aus so hoch. Gebt auf jeden Fall noch nicht auf, ja. Ja, aber passiert nichts. Also da müsste ich irgendwas bauen und dann... Ich hätte jetzt eine Idee. Eine spontane Idee. Und zwar, ratet mal. Nämlich, dass man diese Platten, diese... Man mittels der Hydranten da erzeugen kann auf der Lava. Irgendwas in die Höhe baut, ne. Aber das wäre jetzt echt ziemlich aufwendig. Aber egal. Da reicht schon eine kleine Kiste aus. Wann nicht hier irgendwas anderes noch rumliegen? Liegen doch sonst immer überall irgendwelche Teile rum, ne. Aber na gut. Wir sind ja nicht bei Dummstar. Oder bei Dummstars. Oh Gott. Gefahr, Gefahr, Gefahr. Na, hier ist ja gleich Wasser in der Nähe, ne. Ich meine, wenn wir die Platten da erhalten blieben, dann... Ah, hier ist ja gleich noch. Okay, ein Sennarium. Ja, ich probiere das einfach mal. Das ist ja jetzt falsch. Na. Achso. Ah, das kletzert hier. Moment. Habe ich ein bisschen früh aktiviert und sowas. Ja. Ja. Ich lege das mal da hin. Ah, da ist noch mehr. Okay. Habe ich noch was verpasst, ja. Es ist wieder deaktiviert. Okay. Warum auch immer, ist das jetzt deaktiviert? Oder? Ist egal. Das stört mich jetzt eher so... ...mittelmäßig. Aber hier bis an den... ...und... ...so. Bis an den Rand gehen könnten. Oh Gott. Nee, das haut hier nicht so hin. Ich werde es vorgestellt haben, oder? Hm. Die müsste ich nur mal gerade hinstellen. Die muss ich erst mal einen sicheren Stand verschaffen. So. So. Okay. Naja. Na? Was hier da was? Jo. Ich kann ihn nicht erfassen. Da drin. Doch. Naja, die sind süßen. Klein. Flach. Auch so. Okay. Einfach nur machen. Ja. Verbinden. Einfach rausziehen. Ja. Okay. Es klappt doch so wieder. Wunderbar, Leute. Okay. Was bestes fällt mir aktuell gerade nicht ein. Da gibt es ja noch eine bessere Lösung. Ihr habt bestimmt eine. Aber... Geschichte, die erst mal so wie... Prinzenrollen übereinander. Aber nein. Ich werde nicht bezahlt wie Prinzenrollen. Ja. Dafür bin ich auch zu unbedeutend. Aber wäre lustig, wenn ihr eines Tages auf mich zukämmt. Abschied schon so oft erwähnt, glaube ich. In sämtlichen Videos. Okay. Höher komme ich erst mal nicht damit. Vielleicht reicht es ja schon. Äh... Äh... Wäre natürlich super. Oh ja. So gerade sind die auch nicht übereinander. Musst du dir jetzt ein bisschen austarieren. Das kann ich die ganze Teile nämlich nehmen. Und soweit meine Hoffnung da... Äh... Wo ist das Teil jetzt gewesen? Ja. Die Plattformen. Da. Da. Oh, vielleicht reicht es schon aus. Wäre ja geil. So kommen wir da auf jeden Fall rüber, ne? Also... Soweit die Idee. Aber ich möchte ja erst mal erkunden, was da oben ist. Das ist bestimmt irgendwas Besonderes. Jetzt sehe ich hier einen Gleiter, aber... Ah, jetzt sehe ich hier Teile rumliegen. Warum habe ich die vorher nicht gesehen? Ich blindfisch. Dann hätte ich auch... Na gut. Trotzdem, wie soll ich denn da hochkommen, ne? Wo die haben Motoren da? Mal gucken. Also falls es hiermit nicht klappt, dann machen wir das. Also es gibt ja mehrere Lösungsansätze meistens, ne? Ich hoffe zumindest, dass das jetzt eine Lösung ist. Nicht nur ein Ansatz. Ah, komm hoch. Ja. Okay. Ne, du bist echt zu hoch. Das haben sie mit. Klar, man könnte es jetzt weiter treiben, das Spielchen, ne? Ja, ich finde hier was los. Kann auch schräg ein paar klettern? Ja. Wichtig ist nur, dass er irgendwie stehen kann. Ja. Komm, jetzt aber. Ist nicht euer Ernst. Es soll einfach nicht gehen. Es soll einfach nicht gehen. Also, ähm... Das haben die Designer sich so ausgedacht. Das soll einfach nicht funktionieren. Okay, Leute. Das werde ich dann so ein bisschen geschnitten haben. Müssen wir uns hier einen anderen Weg suchen. Ich habe da eine ganze Weile jetzt dran gesessen, diesen Turm zu bauen. Ich dachte, ich schaffe es. Aber ihr seht es ja, ne? Man schafft es nicht. Und da steht es halt nicht stabil. Auf der anderen, äh... Auf dem Plateau da. Hätte ich nicht gedacht. Also, krass. Das ist das nicht von... Guck mal, das ist doch keine Entfernung mehr. Das ist doch verrückt, oder? Dass das nicht klappt. Oder? Sollte ich noch ein bisschen... Hm. Ein letzter Versuch. Fängt um an. Ist das der niedrigste Punkt vielleicht? Der da, ne? Gut. Letzter Versuch. Wenn es ja nicht klappt, muss ich... Irgendwas mit Raketen bauen. Dann wird es doch noch ein bisschen spektakulärer. Hä? Komm hoch, Junge. Hm. Ne, so weit nun auch nicht. Also, mega präzise ist die Steuerung nicht. Ich brauche hier eine Maussteuerung. Stehe doch auf, Junge. So. Ne. Das ist der niedrigste Punkt. Von dem Teil. Und es geht nach wie vor nicht. Es leuchtet zwar, aber es leuchtet rot. Was macht das? Es leuchtet rot. Also, ihr seht's. Es soll nicht funktionieren hier. Leider. Gut. Dann muss ich jetzt... Ähm... Raketen... ...Gedöns bauen. Irgendwie. Veracht mich nicht, wie, aber... Moment, da sind auch... Was sind denn das da? Steuereinheiten? Ne, das sind, glaube ich, so eine... Ja, so eine kleine Wegelchen. Ja, naja. Batterien wären nicht schlecht. Ja, Batterien. Dann hält die Rakete vielleicht länger. Ich brauche eigentlich nur eine Abschussrampe. Jetzt muss ich das Teil wieder auseinanderbauen, um mir eine Abschussrampe zu bauen. Oh man, bin ich... Muss ich hier mehr bauen, als ich ursprünglich geplant habe. Achso, ich muss die Raketen ja auch noch irgendwo dran platzieren. Ja, aber das sollte ich alles möglichst nach hinten verlagern. Und das muss auch beim ersten Mal klappen. Das ist halt die Bedingung, ne? Weil die Raketen geben dann ganz schnell ihren Geist auf. Die müsste ich eigentlich unten platzieren, ne? Damit die mir dann Aufwind geben. Ja, quasi. Dann trägt das mal um. Obwohl. Na gut, ich kann ja mehrere Wegelchen bauen. Oh. Oh, da kommt es doch ein bisschen auf Präzision an. Ah, ich hätte hier auch einen Wagen. Kann ich auch bauen, ne? Dann einfach durchfahren. Das geht, glaube ich, auch. Gut. Aber so eine richtige Plattform haben wir jetzt. Ist hier auch ein Drache? Ey, Leute, hier ist ja ein Drache. Ach, deswegen. Vielleicht diese ganzen Aufbauten da. Genau, jetzt muss ich erst mal gucken, wo ich da hin muss, ne? Da war irgendwas. Wo war das jetzt, wo ich hin muss? Nein, nur da hoch eigentlich, ja. Oh, das ist wahrscheinlich nur dazu da, damit man den Dachen besser fahren kann. Aber das ist doch blöd, wenn man... Stimmt, ist ja Nacht. Helft mir. So. Problem ist jetzt mit dem Wegelchen, ne? Ach so, nee. Ich kann ja die Raketen hier dran bauen, ne? Stimmt, ja. Ich mich ja beschwert, dass es da keine... Ja, ich schieße mich so nach oben, Leute, man. Ey, das ist doch viel leichter. Braucht das gar nicht. Also, braucht den Glätern nicht. Könnte man vielleicht auch machen, aber... Ich habe ja hier genau die Startrampe, also die werde ich hier einfach. Vielleicht da eine? Danke. Das hat er super gemacht. Er lebt noch. Und damit ich gerade fliege, muss ich auf jeder Seite hinhaben. Ja, das ist natürlich angenehm, wenn die schon die Gegner hinterdessen kümmern. Hoffentlich gleich erfahren, dass es da Schönes gibt. So, Batterien auch? Brauche ich Batterien? Na, nee, so. Ah, doch, doch, doch. Das ist hoch. Das ist echt... Schweine hoch. Nee. Armen möchte ich nicht. Den Zahn dafür. Umso mehr. Und das Hörnchen. Genau. Da müssen wir den Glätter wieder umdrehen. Na, klar. Nehmen wir den Ballon dafür. Den... Zumindest die Ballonkanzel. Den Korb. So. Delle. Ja, hier irgendwo ran sitzen. Irgendwann flanschen. Das ist gar nicht, glaube ich. Bei den Batterien ist es, glaube ich, nicht so schnell. Außer es geht halt um Gewichtverteilung. Das muss natürlich auch so halbwegs Sinn machen. Na, das war da nicht... Das ist ein Gleichgewicht geraten. Und dann hoffe ich mal, das klappt. Also, wie geplant. Ja, jetzt muss ich jetzt so platzieren. Auch auf einer möglichst hohen Stelle. Dass wir da so wie möglich fliegen. Aber auch gerade. Damit das hier gut geht. Oh, scheiße, Leute. Hm. Geht das gut? Was meint ihr? Ich muss mich erst mal reingeben. Ich kann ja nicht direkt nach oben gucken. Na, doch. Müsste klappen. Okay. Nuch? Oder? Ich mach das in da rein zu gehen. Yo. Geil, Leute. Wie hoch kommen wir? Nicht höher. Das war es schon. Aber hier ist auch noch... Hier ist auch noch ein Gleiter. Ach so, das ist noch... Jetzt haben wir das im Prinzip nur gemacht. Irrlicht groß. Okay. Wow. Plus fünf. Ach, nee. Hier ist auch eine Kiste. Okay, Leute. Okay. Jetzt für diese Kiste hat sich das gelohnt, oder? Eine Sonne-Energie-Sphäre. Äh... Yo. Nein, hat es sich nicht. Aber hier gibt es halt große Irrlichter. Haha. Schön. Da ist noch eins wahrscheinlich. Okay. Na gut. 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 Ob es sich jetzt gelohnt hat, sei mal dahingestellt. Äh... Ich sage einfach mal, nein. Das ist nur ein weiterer Weg, wie man da rüberkommt. Aber gut. Also ich habe mal eine neue Energiesphäre bekommen. Ist okay. Die kann uns ja dann und wann mal... Was? 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 Ich habe jetzt keine Steuereinheit, ne? Ich kann nur indirekt ein bisschen steuern. Und ich sollte nicht auf den Wasserfall... Äh... Lavafall... Haha. Zu steuern. Da ist auch noch was. Ähm... Wir wissen aber nicht, was da ist. Wahrscheinlich nichts Besonderes. Sieht sehr tödlich aus. Ach du Scheiße. Meine... Dafür brauche ich die Energiesphäre. Ich verstehe. Oder reicht das jetzt? Einfach gleiten zu lassen, das Fahrzeug? Das Flugzeug? Ah, das reicht. Das reicht, würde ich sagen. Oh, 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 oh. Jetzt geht er aber steil bergab. Ach du Scheiße. Ah, war sehr steil. Okay. Oh man, die ganze Aktion für nix hier. Für fast nix. Feuertempel. Die vergessene Stadt Goropolis. Das ist die Stadt, von der die gesprochen haben. Na, warte mal. Da war doch mal die Rede davon. Sehr schön, Leute. Wir haben sie erreicht. Oh, sie können. Hä? Kam die Stimme, die ich gehört habe? Etwa von hier? Na, mal sehen. Vielleicht erscheint es ja nochmal. Nein. Ach, jetzt muss ich mit ihm spielen. Hä? Ne. Was war denn das? Ich konnte gerade mit ihm reagieren. Feuertempel EG. Erdgeschoss. Okay, der ist mir geschossen. Geschossen. Oh, jetzt muss ich mit ihm reden. Was ist das bloß für ein Ding? Und was hat es hier unter dem Todesberg zu suchen? Oh, wen haben wir denn da? Oh, da ist Zelda. Man kapierst doch, das ist doch nicht selber, oder? Prinzessin wartet. Macht das nicht, Junge. Nö, der kommt ja da durch. Was zum Zelda? Neuer Eintrag. Boah, komm mal ja durch mit dir. Den Eingang freisprengen. Eieieiei. Okay. Sehr cool, Leute. Also hier ist jetzt der Tempel. Hm, jetzt sind hier, ah, jetzt nur runter. Okay. Also es gibt nur einen Weg. Das ist schön, das begrüße ich doch. Oh, noch eine Sequenz. Eine Sequenz jagt die nächste. Hä? Direkt da vorn scheint was zu sein. Jo, noch ein Tor. Das müssen wir wohl erstmal freischalten, ne? Hier entlang. Nö, können wir erstmal die tun, ja? Holzpfeile 10, geil. Und ein Schild, aber na, na ja, na ja. Ein Reiseschwert, aber ne, meine Waffen habe ich schon aufgewertet. Die Waffen sind nicht so doll, die man dann bekommt. Hm, hier geht's zur Seite. Oh, da sind auch Gegner. Natürlich. So ein Dungeon gehören natürlich auch Gegner. So, und ich vermute mal, ich muss mal erstmal... Ah, Link, hier drüben. Oh, da ist Prinzessin Zelda! Hm, man kontrolliert die Teile irgendwie. Oh nein, das ist gar nicht gut, denn Zelda ist dort drinnen gefangen. Hm, ich glaub nicht. Wir müssen sie schnell retten. Aber wie? Kommen wir nur in diesen Raum hinein? Tja, ich würd mal sagen, dass... Hm, jetzt schon? So. Okay, jetzt können wir uns auf jeden Fall teleportieren. Sehr schön, sehr schön. Oh Gott, geht ja schon auf. Hätte ich jetzt nicht gedacht, ich dachte, ich musste erst mal freischalten. Ah, ne, es geht nicht auf. Es schließt sich wieder, alles klar. Ja, gut. Haben so ein bisschen mit in Erwartung gespielt. Hast du was gesehen? Das Tor, es hat sich gerade bewegt. Oho, wieder dieses Geräusch. Hat die Stimme wieder was zu melden? Das Tor, das deinen Weg versperrt, ist mit fünf Schlössern versiegelt. Nutze deine Macht, um alle fünf zu öffnen. Dann sei dir der Einlass gewährt. Hm. Oh Gott, da sind die überall... Höre meine Worte. Diesmal hat man die Stimme ganz deutlich gehört. Von wem kann sie nur stammen? Von deinem Nachfahren. Äh, von deinem Vorfahren. Und wer ist wessen Nachfahre? Mir ist das alles schleierhaft. Aber immerhin hat sie uns auch verraten, wie man das Tor öffnet. Also scheint es jemand Nettes zu sein. Wenn wir die fünf Schlösser aufkriegen, kommen wir also in diesen Raum, oder? Jupp. Ich vermute auch. Okay, Leute. Aber das Tor werden wir beim nächsten Mal öffnen. Dann werden wir mal sehen, wie es hier hoffentlich weitergeht. Also dann, bye bye. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Euer Escher. Lasst es euch gut gehen. Und falls euch die Folge gefallen hat, wisst ihr ja, lasst ein Like in Norden da. Denn das unterstützt mich wunderbar. Also dann, bis dann.